So, herzlich willkommen meine Krieger und Kirin zurück zu die Elder Scrolls 4 Oblivion. Ihr hört's, meine Stimme ist immer noch angeschlagen. Um ehrlich zu sein, nehme ich jetzt auch gerade weiter auf. Ich will heute eigentlich noch ein bisschen was schaffen. Ein bisschen vorarbeiten. Und zwar, weil ich bald zwei Weisheitszähne gezogen bekomme. Das heißt, die Videos müssen gemacht werden. Ich kann jetzt gerade keine Pause machen. Ist aber halb so wild. Meine Stimme wird hin und wieder ein bisschen cracken, Freunde. Alles gut. Sind wir wieder fit? Dann geht es weiter. Wir sehen die Burgtore von Bravil. Endlich, nach vielen Kämpfen, vielen Gebieten, die wir entdeckt haben, ist da diese wunderschöne Stadt. Wieso wird diese Festung nicht markiert? Fingerhut nehmen wir mit. Gehört die zur Burgmauer? Oh, das ist der Eingang zu den Shivering Isles, Freunde. Seht ihr ihn? Verpixelt. Der Eingang zu den Shivering Isles. Uuuuh. Geil. Da müssen wir bald mal reinschauen. Da müssen wir auf jeden Fall bald mal reinschauen. So. Was ist das hier? Ist das einfach ein zusammengefallener Wachposten, oder? Hier gibt es gar nichts. Der ist einfach nur... Der ist einfach da. Dieses Stein... Dieses Hammerzeichen ist übrigens das in Minen. Na komm. Stell dich nicht so an, Junge. Da hinten steht irgendjemand. Ich bin immer ein bisschen skeptisch, wenn ich Leute außerhalb der Städte und außerhalb jeglicher eingezeichneter Ortschaften sehe. Wisst ihr? Ich schau da mal kurz hin. Ich habe immer das Gefühl, die könnten wichtig sein. Jeder Mensch hat so seinen Alltag. Also es ist nicht... Manche gehen auch aus der Stadt raus. Manche gehen zwischen den Städten hin und her. Aber irgendwie interessiert es mich jetzt gerade auch. Moin. Jean-Pierre Lemont. Eigentlich wollte ich euch fragen, was ihr hier draußen macht. Ich bin nicht erbärmlich. Ihr seid doch nicht so. Das gibt's für Gerüchte. Ich habe gehört, wie jemand sagte, Aleron Locke würde vermisst. Ich weiß nicht, was mit ihm geschehen ist. Seine Frau Ursanne ist außer sich vor Kummer. Erzählt mir von Aleron Locke. Ja, Ursannes Mann. Aleron ist verschollen. Die Ärmste. Ich sah, wie sie an der Kapelle weinte. Ich hoffe, jemand kann ihr helfen. Irgendjemand wird sich schon finden. Jagdbeut. In Bravil hörte ich, dass Ursan Locke's Mann Aleron vermisst wird. Wenn ich ihm helfen möchte, sollte ich Ursan aufsuchen und sehen, ob ich Näheres herausfinden kann. Okidoki. So. Das sind die sogenannten Braunschimmel. Ich könnte eigentlich auch... Moment. Ah ja, ist schon offen. So. Ist mir mal angenehmer, um ehrlich zu sein. Oh, ist da hinten ihr Licht? Direkt vor der Stadt? Das ist maximal ungewöhnlich. Öh. Hi. Antoine Brack. Der sieht irgendwie besoffen aus. Der hat so einen richtigen Rotsuff. Dass ich nicht lache. Ja, ich verstehe. Der war gut. Easy. Jetzt ist es aber... Ihr. Ja, ich... Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein... Das... Ihr macht... Nicht schlecht. Bla, bla, bla. Es war ein Missklick. Ihr seid... Jetzt ist es aber gut. Ihr seid ein Charmeu. Der war gut. Dass ich nicht lache. Jetzt ist es... Das reicht mir. Was wisst du über Bravil? Der Graf war einst ein Turniermeister. Jetzt ist er ein Faulenzer und Schürzenjäger. Und sein Sohn Gellius ist ein verdorbener, nichtsnutziger Skouma-Lutscher. Okay. Heftige Meinung. Auf Wiedersehen. Aber hat mich gefreut, euch kennenzulernen. So. Bonjour. Buongiorno. Hallo. Privet. Oh, hallo. Oh, hallo. Hi. Dies sind die Braunschimmelstelle. Habt ihr Interesse an einem Pferd? Du bist ganz komisch belichtet. Geht nur. So. The next one. Momentan sind wir wieder viel. Am überzeugen. Ja, ich verstehe. Aber ich... Ich finde das Minispiel auch wirklich geil. Es tut mir leid. Das ist ein wenig... Bitte nicht. Es tut mir leid. Erzählt mir von Bravil. Ihr müsst ein schnelles Pferd haben. Reitet schnell zu den Festungsruinen und Höhlen hier in der Gegend. Die Investition wird sich durch die Zeitersparnis auszahlen. Auf jeden Fall eine geübte Verkäuferin. Diese Delfinien scheint mir sehr gefährlich zu sein. Sie verfügt über großes Können. Aber ich meine, sie ist rücksichtslos. Okay. Wie viel kostet ein Pferd? Wir haben einige der besten Rotfüchse in Cyrodeal. Sie sind zäher als Füchse und schneller als Schecken. Tausend. Das geht sogar. Wie unglücklich. Fühlt euch nicht wie ein Fremder. Wir haben eine große Auswahl an Rotfüchsen. Falls ihr eure Meinung ändert. Tausend. Das ist nicht viel. Das ist dann nicht... Lebt wohl. Das ist dann kein krasses Upgrade zu unserem aktuellen Pferd. Aber es ist eins. So. Das ist die Wache. Okay. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht hier, um Probleme zu lösen. Ich bin hier, um Adjari kennenzulernen. Eine Münze für einen Versehrten. Da ist gleich der erste Bettler. Okay. Ja, stimmt. Das war... Stimmt. Ich glaube, die Stadt hat auch richtig Probleme mit Skowma-Süchtigen. Wenn ich mich richtig erinnere. Man kann hier aber richtig schön zwischen den Dächern und so hin und her hüpfen. Es ist eine Witze. Es ist eine eigene Stadt. Haus des Stadtschwimmers. Ich glaube, das ist Nargonia. Ja, es sind irgendwie so alle Häuser miteinander. Es ist cool. Ich glaube, man findet auf den Dächern auch so die ein oder andere Truhe. Meine ich mich erinnern zu können. Knapp. Ist der Eingang einfach unten? Wir können natürlich auch einfach den Bettler fragen. Ich möchte doch nur genug, um meine Kinders füttern zu können. Ich weiß. Wir werden sich... Machen wir erstmal das. Eine... Was für ein... Das... Hört auf. Ihr macht mir Angst. Ihr... Bemerkt... Bezeiht. Ich verstehe nicht. Gute Arbeit. Ihr... Oh. Hört auf. Ihr macht mir Angst. Oh, das habe ich am Gesichtsausdruck gar nicht erkannt. Bitte nicht... Was? Das... Ich... Ja. Bitte nicht... Verstehe. Was? Gib... Erstmal eine Münze. Vielen Dank, mein Herr. Oh. Dann, was gibt's Neues? Habt ihr vom Geist des alten Mannes gehört, der des Nachts auf die Bucht von Nieben blickt? Man nennt ihn den einsamen Wächter. Ganz schön gruselig. Nein, erzählt mir mehr. Ich weiß nicht viel über diesen Geist, aber manche sagen, er kam bei einem furchtbaren Schiffsunglück ums Leben. Ich würde ihn meiden. Schlechtes Omen. Ja. Er wandelt des Nachts die Bucht von Nieben entlang. Mitunter bleibt er stehen und blickt traurig aufs Meer hinaus. Wenn ihr interessiert seid, sucht Gilgondorin in Silberheim am Meer auf. Er ist die beste Informationsquelle für örtliche Legenden in der Stadt. Hm, klingt auch interessant. Und was gibt's zu Skoma? Schaut euch doch mal im einsamen Freier um. Dort ist sie für gewöhnlich. Wenn ihr's bei ihr zu Hause versucht, knackt nicht das Schloss. Das mag sie gar nicht. Das ist ein Schreibfehler. Da soll eigentlich Skriva stehen. Möge es denn da euch segnen. Da soll eigentlich Skriva stehen. Der einsame Wächter. Ich habe ein Gerücht über den Geist eines alten Mannes gehört, der in der Nacht das Ufer der Bucht von Nieben abschreitet. Man sagt, dass er die Küste langsam entlang wandert und dann bis zum Sonnenaufgang traurig auf die Bucht hinausblickt. Die Bevölkerung von Bravil hat ihn den einsamen Wächter genannt. Man verwies mich für weitere Informationen an Ungarion vom Magieladen des Hexenmeisters Glück. Gut, deswegen bin ich aber nicht hier. Sie ist daheim. Unsere Informantin. Unsere neue, äh, Arbeitgeberin. Diese Dame kenne ich tatsächlich. Ich werde darauf momentan nicht weiter eingehen. Es gibt sicher ein paar Cracks und Deutsch, die wissen, was für eine Statue das ist. Okay. Gleich mal ein paar Aufträge bekommen. Hallo? Skriva? Da sitzt sie. Schönes Haus. Kann sich sehen lassen. Zwei Stockwerke. Auf jeden Fall ansehnlicher als unsere Hütte, würde ich behaupten. Hallo? Ähm... Armand... Armand Christoph schickt mich. Ah, ihr seid der neue Dieb. Ich bin euer neuer Doyen. Freut mich, euch kennenzulernen. Ja, ist wieder an. Ich bin ganz ohr. Wir sollten uns erst mal besser kennenlernen. Wo... Ver... Ich... Wo habt ihr den her? Tja. Wo... Viel rumgekommen. Ich kämpfe nicht gegen... Ihr braucht gar nicht... D... Es... Wohl kaum. Hä? Diese Runde geht an... Wo... Ihr... Das ist wirklich... Wohl kaum. Erzählt nicht... Es reicht... Wo... Oh, der ist klasse. Nicht wahr? Das ist wirklich zu viel. Hier. So. Äh... Erzählt mir erst mal über Bravil. Bravil bietet einem ehrgeizigen Mitglied unserer Gilde nicht besonders viele Möglichkeiten. Vielleicht findet ihr das Schloss etwas unterhaltsamer. Sonst gibt es kaum etwas. Okay. Klingt nicht sehr gut. Aber Bruma war auch nicht die große Ausbeute. Was gibt's für Gerüchte? Ura Vasa Otrellas ist sehr wortgewandt. Ich wünschte, sie würde mir beibringen, so gut zu reden. Übung. Übung macht den Meister. Der Jäger kann seine Strafe bei der Wache entrichten, sie im Kerker abbüßen oder mir die Hälfte zahlen und mich alle Probleme beseitigen lassen. Klingt gut. Aber ich werde meine Probleme fast allein lösen. Der Jäger hat hoffentlich gefallen am Käfig. Was wollt ihr wissen? Was ist ein Gildenältester? Die Doyen sind die Augen und Fäuste des Gildenmeisters. Als Jäger erhaltet ihr eure Befehle von ihnen. Dafür erweisen sie euch bestimmte Gefallen. Auch ich bin ein Doyen. Genau wie Armand Christoph. Könnt ihr auch mein Mikrofon putzen? Das ist immer nach zwei Wochen ganz schön dreckig. Und es nervt. So. Wahnsinn, du. Hier schaut's aus. Gut. Ich bin eigentlich wegen was anderem hier. Es gibt anscheinend einen besonderen Auftrag für mich. Ich habe einen besonderen Auftrag von der Witwe eines ehemaligen Helers in Leia Wien. Als euer neuer Doyen gebe ich euch den Auftrag, ihr zu helfen. Ein Straßendiebstahl der Witwe Adagi, ein Ring, der ihr sehr am Herzen liegt. Sie hat eine Belohnung in Aussicht gestellt. Die Gilde missbilligt freiberufliche Diebe. Seid ihr willens, euch nach Leia Wien zu begeben, den Ring zu finden und ihn Adagi zurückzubringen? Ja, aber selbstverständlich. Ich werde dieser Amen widme. Das ging nur um dieses Amen zu betonen. Werde ich helfen. Gut. Begebt euch nach Leia Wien. Sprecht mit Adagi und helft ihr, ihren Ring wiederzufinden. Gute Jagd. Adagis Erbstück. Scriva bat mich um die Beschaffung eines Rings. Der Adagi gehört, sie ist eine Kajid und lebt in Leia Wien. Ich muss nach Leia Wien und nach ihr suchen. Dann geht unsere Reise wohl weiter, Freunde. War ein kurzer Besuch. Habt ihr euch wieder ein bisschen erholt, meine Liebe? Sie sollte nicht da draußen einfach so umlaufen. Also gut. Adagi. Dann führt uns der Weg wohl ganz nach Süden, Freunde. Ich mag die Kajid sehr gerne. Ich finde, das ist eine sehr coole Rasse. Die sind immer sehr nett. Aber auch direkt. Ich weiß nicht. Die sind mir einfach sympathisch. Boah, das sind viele Ehrlichter. Ich halte mich mal von dem Brunnen fern. Mal sehen, ob wir um die herum kommen. Ohne kämpfen zu müssen. Ich weiß. Ich kann gerade nicht einschätzen, wie Odas Nirenwurz. Wie stark die sind. Von denen dürften wir jetzt schon gute 10, 15 haben. So was, ja. Aber es ist gut. Ich habe auch früher immer den Fehler gemacht. Ich habe schon viel mitbekommen. Was geht hier? Okay. Er heißt Bandit. Er kümmert sich aber nicht um uns. Gute Jahrhakt, mein Lieber. Ähm. Vielleicht heißt er Bandit. Vielleicht ist das in... Ich weiß nicht, wo kommen die Rotwardonen nochmal her? Vielleicht ist es bei denen einfach ein üblicher Name. Aus der Alakiri-Wüste oder so? Kann es sein? Es ist, glaube ich, ein Wüstengebiet, wo die Rotwarden her... Oh, warte mal. Scheiße. Das ist schon einer von diesen Waldgeistern. Oh, meine Fresse. Ein Spriggen. Keine Chance. Wie lange hält denn eigentlich dieser Scheißbär? Das ist nicht gut. Was macht der Scum denn? Okay. Schön, 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 schön. Das sind so... Waldgeister nicht. Im Prinzip wie sauaggressive Busch-Ends. Super stark. Super gefährlich. Gut, dass wir unseren Scum haben, der theoretisch Feuerschaden machen kann. Stimmt, die healen sich ja auch noch. Boah, das sind richtige Biester. Alter, und wie die sich heilen. Alter, und wie die sich heilen. Nicht ohne Tollkirschen-Strauch. Tollkirschen brauchen wir. Jetzt ist der Bandit da hinten alleine. Der wird uns angreifen. Ey, was ist denn los? Wir werden die ganze Zeit von irgendwelchen Scheißkerlen angegriffen. Scheißkerlen. Ich glaube, das... Boah, ich weiß nicht. Wo seid ihr? Ja, ja. Der hat uns gesehen. Bitte fahrt fort. Hä? Hi. Fast euch kurz. Man kann mit ihm reden? Hä? Soll... Bla, bla, bla. Das ist so... Ja, das... Der gefällt mir. Se... Das ist ein fucking Bandit. Ich glaube es nicht. Ich kämpfe nicht gegen... Das ist ein wenig... Diese Runde geht an euch. Ich bin jetzt nur gespannt, ob der uns angreift. Oh, der ist klasse. Das ist wirklich... Boah, bla... Ich kämpfe nicht gegen... Boah, dass ich nicht lache. Ich glaube... Ich kann nicht widersprechen. In Ordnung, ich verstehe. Was wüsst ihr für Gerüchte? Der Dunkelforst ist nicht übel, wenn man sich an die Fliegen gewöhnt hat. Und daran, dass man sich ständig verirrt. Und an die Zombies und die Irrlichter. Klingt einladend. Auch hier. Okay, wir haben jetzt einen Banditenfreund. So. Weiter geht's, Freunde. Ist schon wieder Abend, oder? Boah, wir sind jetzt schon echt lang unterwegs, muss man sagen. Wir sind schon wirklich lang unterwegs. Scheiße, es ist noch ein Springen. Ey, Freunde. Das ist nicht gut. Wenn das so weitergeht, kommen wir nie in den Leia Wien an. Boah, der Pia. Boah, der Pia. Ich hoffe, du kommst hier nicht hoch. Mal schauen, wie lange der Bär anhält. Einen Bär beschwören, wäre auch geil. Ich hab doch gar nicht getroffen. Eure besten Freundinnen im Spiel. Hohe Steine. Der bleibt ja ewig, der Bär. Das war richtig schlecht. What the fuck? Ich hab das Gefühl, der bleibt für immer. Das ist kein temporärer Zauber. Ich bin hängen geblieben, ich bin hängen geblieben. Der Scamp ist das einzige Wesen, mit dem ich hier irgendwas ausrichten kann. Jetzt ist sie allein. Ich bin hängen geblieben. Ganz komisches Licht. Sie hielt sich zweimal. Böse. Das schöne am Boxen ist ja, man nutzt nichts ab. Pass mit deinem Spielchen auf, Junge. Stark. Kurz bevor er weg ist. Boah. Alter, das läuft gar nicht nach Plan. Ich dachte, ich dachte, dass es in Oblivion eher so ist, dass die Straßen relativ safe sind. Aber alles andere als das. Alles andere als das, Freunde. Die Straßen sind fucking unsicher. Und das Ding ist, wir haben gerade mal Bravil umrundet. Jetzt kommt noch der Weg durch die ganzen Sümpfe runter, gell. Das ist ja... Der eigentliche Spaß beginnt ja erst. Eigentlich hätte ich auch in Bravil die ganzen Sachen verkaufen sollen, die wir von den anderen Banditen haben. Naja, ist jetzt auch wurscht. Ähm, wir müssen in Bravil mit den... Mit den Bettlern reden, ja. Könnte natürlich auch einfach eine speziell gefährliche Gegend sein. Diese Gegend um... Bravil, zwischen Bravil und... Weil es ist relativ weit südlich. Das heißt, bis man da hinvordringt, braucht man ja auch ein bisschen. Boah, der hat geatmet. Wie ein Monst. Das ist ein Troll. Keine Chance. Keine Chance. Den umgehe ich. Trolle, äh... Healen sich mit der Zeit. Saustarke Gegner. Da bringt uns der Scamp auch nichts. Überhaupt nichts. Wir müssen schon wirklich aufpassen, mit wem wir uns messen. Und ich habe gerade so das Gefühl, diese Gegend hier zwischen Bravil und Leiavin könnte... Oder ist ein Nirnwurz? Könnte unsere Nemesis werden. Wenn wir nicht aufpassen. Sicher eine coole Gegend für starke Charaktere. Für uns gerade... Ein mögliches Todesurteil. Boah. So. Was mir sehr gut gefällt, ist unsere momentane Magie-Regeneration. Aber wir brauchen dringend neue Zauber. Und ich habe auch so das Gefühl, dass die Zauber, die wir da in der Kaiserstadt bekommen, das sind keine Lifesaver für uns. Scheiße, was ist das? Aua! Aua, verdammte Scheiße, Alter. Du bist... Ich will halt mein Schwert irgendwie nicht abnutzen. Außerdem will ich nicht zu schnell aufsteigen wieder, aber das Problem wird sich wahrscheinlich durch meinen Scum schon erledigen. Die ist so gut wie tot. Ich liebe Regen. Stark. Ich wollte nämlich gerade wegen der Axt schauen. Boah. Boah, ja, das Gebiet... Da hinten ist noch ein Nierenwurz. Der, das Gebiet liefert genau das... Boah, jetzt aber. Tigerlilie, geil. Was man davon erwartet. Sumpfig, nass, kalt. Aber es ist auch spannend. Viele exotische Pflanzen. Für den Alchemisten wie uns ein Traum. Warte mal kurz. Ich will meine Magie aufbrauchen. Oh. Freunde, ich verabschiede mich für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu der, das kurz für ob wir will. Ich freue mich sehr drauf. Haut rein. Euer Odin Let's Play. Ciao, ciao.